Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition. Ja, wir waren, ich glaube, in der Stadt auf der Insel stehen geliefert. Ich hab mein Headset hier ein bisschen anders. Ja, ich hab ein scheiß Headset, ich weiß. Das könnte echt total ein scheiß Soundverhältnis haben. Das liegt einfach, obwohl, was ich erstmal mal gucken wollte, könnte einfach daran liegen, weil ich jetzt ein Billig Headset erstmal für ein paar Tage nehmen muss. Ja, das ist ein bisschen blöd. Bei Pokémon nehme ich meine Stimme jetzt mal nicht extern auf. Bei den anderen spielen schon oder sonst einfach zu leise wäre. Mal ihn fragen, ob er fertig ist. Wo warst du? Wir haben einfach wiederbelebt. Ein Name, wie ich vermutet habe. Heidseid, Anomanitas. Möchtest du Anomanitas als Spitznamen geben? Nein, möchte ich eigentlich nicht. Geben wir jetzt einfach mal. Das funktioniert. Anomanitas wurde in Bills PC. Es wurde in Box eins abgelegt. Jetzt ist Allison on, das ist auch schön. Schön, dass mir das Skype sagt und dass es wieder diesen Fail gibt. So, jetzt haben wir Amonitas. Oh, ich hoffe, den Fail jetzt. Und jetzt werden wir noch mal eben ins Pokémon Center gehen und das Amonitas mal angucken. Ja, und kurze Pause. Los. So, ich habe mich jetzt einfach mal auf beschäftigt gestellt und wir gucken jetzt mal weiter nach. Amonitas im PC. Na, wir legen jetzt erstmal keins ab. Gehen wir hier auf nehmen. Dann müssen wir wohl erstmal eins ablegen. Na hier, komm. Level 5 immerhin. Woho. Panzerschutz und Umklammerung sind die Attacken. Äh, das wollte ich nicht. Na komm. Nein, wir nehmen unser richtiges Dodo wieder mit. Nehmen. So. Und dann Schüssi. Und dann gehen wir jetzt tatsächlich ins Pokémon Haus, um dort spannende Abenteuer zu ernehmen. Und nebenbei noch die Mission, die wir haben, abzuschießen. Ja, davon gehen wir erstmal direkt nach oben. So, jetzt haben wir hier erstmal einen Trainer. Dass wir Slime auf, was uns angreift. Hallo. Sind schön viele Trainer drin. Grimasse. So. Nein. Mega Kick. Oh, 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 oh. Ne, komm. Haben wir nur noch Blut und das war's. Eins gewinnt 299... 92. Jaaaa. Jetzt müssen wir natürlich wieder mal zurück ins Pokémon Center rennen. Obwohl, wir haben noch so tolle... ...Belieber. Setzen wir jetzt einfach mal einen ein, weil ich jetzt keinen Bock habe, ins Pokémon Center zurück zu rennen. Dann haben wir hier doch bestimmt so einen Supertrank. Können wir erstmal aufbrauchen. So. Jetzt wird erstmal hier den Pokémon... Eins hat Zink gefunden, das ist doch auch mal was. Zink kann man immer gebrauchen, braucht man immer. Nein, ich möchte keinen Ratz-Fratz. Warte, die kann ich dich auch nicht nehmen, ich könnte stark sogar schon. Was war denn hier oben nochmal? Ja, lass mal schauen. Nein, es hat Calcium gefunden. Gut. Das ist jetzt frei. Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben. Und machen dann hier später weiter. Boah, Leute. Geben wir auf den Sack mit den ganzen Dingern hier. Mhm. So, hier oben müsste doch auch noch irgendwo so ein Trainer sein. Da unten zum Beispiel hier ist jetzt mal so ein Pokéball, den wir uns jetzt erstmal hier holen werden. So. Ah, unser Eisen gefunden. Wunderbar. Ok, neue Edition sieht das alles so anders aus. Nicht mehr so schwarz und weiß. Das ist natürlich dann noch eine neue Herausforderung, sich dann nochmal zurechtzufinden. Ok, gut. Ein versteckter Schalter. Ja. Genau. Nein. So. Das war Level 40. Und nochmal gerade Schalb und der Wasser ist auch mit Magnetern. Und auch mit Voltball. War es das? Wulpix? Nein, das war jetzt nicht. Darum komme ich nicht lang. Da komme ich glaube ich wieder raus. Da will ich natürlich auch gerade nicht. Dann gehe ich erstmal nach unten. Wenn es jetzt K.P. plus gefunden... Nein, ich möchte jetzt keinen Wulpix fangen. Okay, gut, hier geht es erst mal nicht weiter. Jetzt erst mal wieder nach oben. Was war denn das hier nochmal? Ah, cool. Hier wollte ich auch hin. Oder wollte ich hier nicht hin? Ne, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ist ja auch egal. Ach, wie muss man denn hier noch mal machen? Oh. Geh mir mal um den Sack. So. Oh, radikal. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Ich glaube, da muss ich irgendwie rein. Ah. Ah, ah, ah. Das war eben alles aufschlagig oder falsch gemacht. Na gut, dann drübe ich halt nochmal den Schalter. Ist ja nicht so. Warte mal, da ging ja noch eine Treppe nach oben. Ha, 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 ha. Boah. Aber die geht mir nicht auf den Sack. Hallo. Oh, das Level 38. Okay. War nicht selber verletzen. So. So. Dann setz ich jetzt nochmal eben so einen Supertrank ein. Ah, kommt hier noch ein. So. Heinz hat ein Top-Trank gefunden. Na ja. So. Hier oben. Was kann man hier nochmal machen? Ja. Oh, Leute. Pokémon gehen hier echt ein auf den Sack. Hier können wir weiter erstmal nix tun. Was haben wir denn hier? Teil, wo ist es hier so viel? Mew hat ein Junges geworden. Wir haben es Mewtwo genannt. Ah, das ist das Mewtwo. So, ich werde nochmal den Schalter betätigen. Oh, Leute. Das geht echt auf den Sack mit diesen ganzen Pokémon hier. So. Was haben wir hier? Tagebuch 10 der Jodin. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Vielleicht sollen wir uns einfach mal die Tagebuchanträge durchnehmen. Die weiß er da nicht. Was der das bringt. Ah, aber geht mir nicht umsack. So. Gehen wir das noch hier oben und legen nochmal den. Tagebuch 5 der Juli. Der Dschungel im Niemals an. Wir haben tiefe Dschungel. Ein völlig neues Pokémon gefunden. Das ist doch mal schön. Geht mir das auf den Sack mit diesem perfekten Scheiß des Pokémon, die hier nur im Weg sind und so. Okay, so kann man schon nicht weiter. Oh. Alter. Warum ist es jetzt zu gut? Jetzt hat sich auch nichts geändert. Oh, gib mir nicht auf den Sack. Boah. Alter. Alter, hier kommen alle 2 Meter neue Pokémon. Leute, das ist nicht mehr normal. So, jetzt kommt wieder eins. Natürlich. Hier war mal. Alter. Boah. Boah. Was tun wir denn hier? Jetzt haben wir noch eine Treppe nach unten. Die müssen unbedingt mal. Gehen. Aber da drüber war es schon drin. Ja, da war es aber schon drin. Ja, da war es schon drin. Hier geht es erst mal. Ach cool, die Treppe ist drüben in dem Raum. Das ist natürlich auch mal interessant. Wir gehen halt doch mal hier runter. Und kommen in völlig neue Atmosphären. Das ist natürlich geil. Da war es doch drin. Tschüss. So, Level 41 jetzt endlich auch. So. Mal mit mal Hans wieder nach vorne. So. Hans hat Karbon gefunden. Auch schon. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich glaube, wir müssen nach oben rein. Oh. Ey, ich bleibe auch auf der Stelle stehen. Und ich komme direkt ein neues Pokémon. Da oben müssen wir hin. Oh. 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 Ich bin hierher gekommen. Ende. Oh, so. Oh, tschüss. Ja, ja, ich glaube, ich bin schon richtig. Hier muss ich mich irgendwo hin. Warte, erstmal hier. Einzertopfgenehme von. Leute, ich schlaufe mir echt auf den Sack. Wo hat man hier noch vom Tagebuch eintragen? Ich möchte gerne den Tagebuch eintragen lesen, damit er mir die ganze Zeit in den Weg kommt. Tagbuch eintragen, Herr Muti wird immer stärker. Wir könnten die Unkontrolera Mutausbrüche nicht mehr eintragen.